Wir sind heute am Nürburgring. Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Von Mal zu Mal fallen denen noch mal neue Ideen ein, wo sie im Detail noch mal ein bisschen optimieren können. Heute geht es zu schauen, ob wir unser Ziel auch erfüllen, aber wie gesagt mit dem besten Fahrer an der Seite fühlen wir uns stets hoher. Ich möchte den Jungs den Erfolg einfahren, den sie verdient haben. Die Rundenseite einfahren fürs Team. Ich erkenne den Ring wie kein anderer. Wir sind gut vorbereitet. Die Autos liegen stabil. Ich glaube es geht los. Die Fahrwerksabteilung hat da einen unfassbaren Job gemacht, wie man sich das vor Augen führt, wie das Auto in schnellen Kurven liegt, wie es in langsamen Kurven Grip aufbaut. Das ist ziemlich unglaublich und eigentlich physikalisch fast nicht möglich. die Fahrwerksabteilungwebw, die Fahrwerksabteilung war. Die Fahrwerksabteilung hat da ein paar Zeit und das ist richtig wichtig. Das ist richtig. Die Fahrwerksabteilung hat da ein paar Jahre. Das ist richtig. Dankeschön. Die Fahrwerksabteilung ist ein paar Jahre. Vielen Dank.